Hey ihr ungeheuer Fannichter. Ja, ich hatte echt mit dem Gedanken gespielt, jetzt wo ich Rittersporen hier sitzen sehe, nochmal einen älteren Safe-Gameslot zu aktivieren, um nochmal diese Party zu machen. Er ist doof, wir haben leider keinen der vier Autosave-Spots mehr, die aus Kapitel 2 stammen. Das ist natürlich super doof und das war mir jetzt auch eine Lehre, ich werde jetzt nie wieder nur ein Safe-Spot machen. Ja, ich werde jetzt immer zwei machen, dass ich die immer abwechseln kann, damit ich noch was gut machen kann, weil die Quest ist jetzt weg. Und ich weiß jetzt auch welche Getränke das sind, das für Geralt haben wir schon gefunden und die anderen haben wir von der Bezeichnung nicht her... Ach scheiße, warte, wir können jetzt nicht weg. Ja, auf jeden Fall hätten wir die bei der Kellnerin kaufen können, die haben halt nur einen anderen Namen. Und das will ich euch nochmal zeigen. Eine Stunde müssen wir hier noch warten. Hört, lass doch endlich auf! Hört, lass endlich mal auf, das freut mich auch die ganze Zeit. Ach man. Hallo? Wieso? Ist das eine... Hä? Ist das eine Anspielung? Mögt ihr Hexer eigentlich nur? Ich möchte nicht über ernste Themen reden. Ich bin zum Ausruhen hier. Ach so. Ähm, ja, wo ist ein... Wenn ich nicht mit... Ein berühmter Ungeheuertöter beehrt mein bescheidenes Gasthaus. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Ja, erzähl mir von den Treffen, die oben stattfinden. Nee, erst mal, ich brauche... Nee, reizendes Gasthaus. Ihr habt gewiss viele illustrierte Gäste. Reizendes Gasthaus. Ihr habt gewiss viele illustre Gäste. Stimmt. Doch seit der Notstand gilt, waren's nicht so viele. Noch andere interessante Kunden? Ihr seid neugierig. Ein schlechter Zug. Ich habe auch einen schlechten Zug. Ich bin hartgierig. Äh. Hahahaha. Weil das ist ja wohl eine Frage. Vergiss es. So, eine halbe Stunde kriegen wir noch umgeschauen hier. ja genau ab 6 uhr ist noch mal eben warten also das ist ja wohl das war ja eine sauer war hier was der ihr fisch mit das heiße ich bin auch das ist ein bisschen verwehren ja doch schon gegen die gekämpft sollte ein interesse die haben aber dann kann man dass die ganze zeit machen das natürlich dann auch eine gute geld einfach ich habe die schon gefragt wo man auch wieder geld auf treiben könnte das probiert gleich mal eben bei einem anderen aus keine herausforderer wollt ihr für ich finde das super merkwürdig ich will ja 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 kommt Draht Events oh ja 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 das ja ja das geht sie sind den haben wir das letzte besiegt nämlich gehabt aber finde ich nicht schlecht noch mal wieder ein bisschen geld dazu verdienen machen wir noch und dann geht's los wie häufig wollen wir noch auf die fresse fallen ihr seid nicht schlecht es ist keine schande gegen den weißhaarigen zu verlieren ist so ich habe jetzt was für wichtigeres zu tun die asche von alt wie sie mal schwelt noch und hier folgt es ist die familie der einladen sind sie in der wagen nicht ausstehen ich konnte mal die es gerade gehört das war eine anspringung auf uns geheimnotiz wie gewonnen hast du uns das alles mit nein natürlich nicht wie ich komme weg was macht ihr hier ich habe das klo so punkt für euch in wahrheit hoffte ich auf ein ganz edles tröpfchen für euch in wahrheit hoffte ich auf ein ganz edles tröpfchen der wein schmeckt tatsächlich verwässert ich habe diesen schnaps gefunden wollt ihr kosten nur zu gern welchen schnaps wie haben wir denn gerade eingepackt leute wir kommen wir kommen hier der ist abgehauen reicht das das ist eine dumme idee ein platz mehr so da wären wir zieht nicht so ein gesicht alles wird gut sollten wir nicht lieber zu euch gehen und uns vergewissern dass ich keine inneren verletzungen habe kommt gerald so schlimm ist es doch gar nicht mischen wir uns und das volk ich bin aber total breit bis bis morgen die prinzessin ist von aden nicht lächeln hexer das hier wird nicht lange dauern willkommen bei lord leuval die prinzessin aden sollte heiraten ihr solltet euch eine rechte die musik gerald kennt ihr taler taler hier lasst mich euch meinen meister vorstellen den ehrenwerten erkin von blund seid gegrüßt herr erkin hat ein schweige gelübde abgelegt kann also nicht antworten ihr fragt euch sicher warum er hier ist wahrhaftig ja er hat zahlreiche gelübde abgelegt einer seiner schwüre lautet die königliche familie zu beschützen leider empfindet prinzessin ada wenig respekt für ihn schwüre müssen jedoch eingehalten werden wie widrig die umstände auch sein mögen welche rolle spielt ihr dabei seid ihr an seinen schwur gebunden er gab mir die befugnis für ihn zu sprechen und ich diene ihm als berater gewiss wir wollen euch nicht belästigen kommt gerald ok 1 komm wir trinken noch mal mit denen irgendwas ich hab hier noch so ein ekelhaftes gebräu ich hab hier noch mal mit denen ich hab mir nichts mehr ein jetzt geht es mir gerade wieder gut Geht mir aus den Augen, Miss Geburt. Hallo? Da. Nein, nein. Vergebt mir, Herren, aber selbst das schönste Kleid würde neben eurer Schönheit verblassen. Ihr tragt immer noch den Edelstein mit dem Einschluss. Ihr tragt immer noch den Edelstein mit dem Einschluss. Der Fluch. Haltet euer Maul! Aber der Fluch könnte noch... Genug! Gestattet mir, dass ich diesen Streuner hinauswerfe! Wir wünschen nicht mehr, mit euch zu sprechen. Oh. Man wird euch rufen, wenn ich euch brauche. Ach man, ich bin so bescheuert. Gerard von Riva und Tris Merigold, willkommen! Seid gegrüßt. Danke, dass ihr gekommen seid. Seht euch hier um und ihr seht Repräsentanten des ganzen Königreichs. Wir danken euch für die Einladung. Vergebt mir, doch meine Pflichten rufen. Ich bin sicher, wir werden später noch miteinander reden. Ich bin gerade beschäftigt. Ach, Scheiße. Ich bin so bescheuert, ey. Wie konnte ich das denn wieder verkacken? Blaue Auge. Man wird euch rufen, wenn ich euch brauche. Willkommen bei Lord Leubach und Tris Merigold. Wie Siemer braucht ein Äquadont. Ich werde dem Stadtrat ein Blatt hören. Gehen wir eben ganz kurz runter. Geh hoch. Man wird euch rufen, wenn ich euch brauche. Ich werde euch ganz kurz rausgehen. Ich habe wirklich das Gespräch total verkackt. Sonst muss ich gleich nochmal laden oder sowas, ey. Herrin, erlaubt mir euch, die Zauberin Tris Merigold vorzustellen und... Der Wett, ich weiß, wen... Das... Eine Prinz. Warum starrt ihr mich? Vergebt mir, Herrin, aber selbst das schönste Kleid würde neben eurer Schönheit verblassen. Hütet eure Zunge, Mutant. Der Wett, ich entscheide, wann ich beleidigt werde. Eure Hoheit, es ist wieder natürlich. Still. Es war eine Pläsanterie. Ihr dürft vorerst gehen. Okay, also... Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Alter, halt die Klappe. Priss. Die Schlampe tut einfach so, als wäre ich Luft für sie. Seid auf der Hut. Ich habe den Eindruck, dass sie ein Auge auf euch geworfen hat. Ich komme schon zurecht. Etwas Hässliches lauert hinter dieser Unschuldsmine. Ich werde es mir merken. Okay. Es heißt, dass König Rado widmet Volltest daheim in uns. Denn Sassin Adda sollte heiraten. Der... irgendwas stimmt mit dem nicht, Mann. Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Soll ich euch brauche. Gerard von... Seid gegr... Danke, dass ihr geko... Wir danken euch für die Einladung. Vergebt mir, doch meine Pflichten rufen. Ich bin sicher, wir werden... Ja, das hatten wir ja auch eben schon. Asche von Altwiesemerschwein. Unglaublich, dass... Binzessin Adda soll wegen... Will ich einkaufen, teuer, verkaufen? Ich interessiere mich nicht für Polizisten. Der Urteil verlangte doch tatsächlich... Will ich einkaufen, teuer, verkaufen? Ich kannte mal... Seid bauert, seid blöd. Seid bauert, seid blödert. Kein Geld? Wenn es noch nur die Steuern erhält. Hörtet ihr mir etwas? Seide ist aus der Mord. So, wir haben ja noch Bücher, genau. Das Kaiserreich Nilfgaard ist riesig. Einst war es nur ein kleines Königreich. Doch es wuchs und eroberte und assimilierte die benachbarten Völker. Heute nennt man alle Menschen des Südens Nilfgaarder. Doch nicht alle hören dies gern, da manche sich ihre nationale Identität bewahrt haben. Nilfgaard wird von einem Kaiser und Tyrannen beherrscht, Er duldt keinerlei Opposition und kennt keine Gnade. Manche nennen ihn weiße Flamme, die auf den Gräbern ihrer Feinde tanzt. Sein Symbol und das Symbol des Reiches ist eine silberne Sonne auf schwarzem Hintergrund. Bemerkenswert ist, dass ein Vasall des Kaisers die Herrscherin des Blumentals ist. Der einzigen Elfennation. Ja, was hatten wir doch noch gefunden? Hier. Die Form wurde gemäß der Richtlinien erstellt. Der Handwerker ist bereits für immer vor Ort. Sorgt dafür, dass alle anderen Spuren verschwinden. Niemand soll beweisen können, dass wir für die Fälschung verantwortlich sind oder eine Verbindung zwischen mir und eurem Vorgesetzten finden. Ihr wisst, was mit dem Rest zu tun ist. PS kümmert euch um den Hexen. Aha. Mach doch mal Platz hier, Leute. Geralt. Ja. Lasst mich euch seit GRK wahrhaft. Er hat zahlreiche gelippt ab. Schwür welche. Ihr gab mir die Befugnis. Gewiss. Wir wollen nicht. Was hatten wir noch eben? Ich brauch was Neues. Komm hier. Wir trinken nochmal einen. Hier. Was soll da? Trinken wir etwas. Tu Milch. Gut. Soldaten fusel. Gut. Komm, weil du es bist. Komm, einer geht noch. Komm, einer geht noch. Getrunken. Er spricht. Ich hab mein Gelübde gebrochen. Ich schwor auf einen Reier. Einen Reier? Ach. Unsinn. Thaler heuerte mich an, dass ich inkognitisch zu dem Fest komme. Ihr habt es vermasselt. Bitte keine Szene. In diesem Ring kommt ihr ins Haus der Nacht. Zum halben Preis. Okay. Wo hab ich den denn? Ja. So, was? Mir geht's irgendwie nicht ganz so gut. Man wird euch rufen, wenn ich euch brauche. Hat ein riesen Problem. Lächeln, Hexer. Das hier wird nicht lange dauern. Wer... Hä? Da ist ein... Da ist jemand anders. Was hab ich? Der stand da doch eben noch gar nicht, oder? Alter, das ist mir schwindelig. Gerald, das ist Stadtvogt Wählerath. Reizend. Seid gegrüßt, es ist lange her. Wählerath ist König Volltests rechter Hand. Förmlichkeiten sind überflüssig. Wenn ihr eine Faktorei oder ein Laden eröffnen, ein Ungeheuer töten oder eine Eingabe an den König machen wollt, müsst ihr zuerst zu mir kommen. Ich werd's mir merken. Entschuldigt uns, Stadtvogt, aber wir müssen noch die anderen Gäste begrüßen. Wer hier? Ihr habt jeden kennengelernt, der jemand ist. Ich muss etwas mit Leuwarden besprechen. Benehmt euch bitte. Und gebt Acht. Einige Leute versuchen vielleicht, euch auszuhorchen. Mich aushorchen? Ich bin doch bloß ein Hexer. Lasst euch nichts vormachen. Alles, was ihr sagt, hat politische Konsequenzen. Hm, ich lag schon einfach stehen. Amüsiert ihr euch? Vorzüglich. Nicht genügend Essen, kein Sitzplatz und überall leeres Gefasel. Ich glaube, ich bin der Einzige hier, der nicht in irgendwelche Ränke oder Geheimbünde verstrickt ist. Das ist ein Zeichen der Zeit. Neue Bräuche und Moden. Fändet ihr es besser, den Nilfgardern zu zeigen, dass wir Barbaren sind? Dass wir eine Gabel nicht von einem Kamm unterscheiden können? Dass wir nur feiern können, indem wir uns besaufen, zotige Lieder grölen und Weibern auf die Ärsche klopfen? Ich bin ein Relikt. Jemand aus der Vergangenheit. Also fühle ich mich den alten Bräuchen durchaus verbunden. Die Neuen habe ich nie gemocht oder verstanden. Aber im Ernst, Thaler, warum seid ihr hier? Ich bin Patriot. Das Wohl des Königreichs liegt mir am Herzen. Ein Königreich, das durch eben jene Ränke und Bünde bedroht ist, die ihr die Aufmerksamkeit hatte zu bemerken. Ich sagte doch, ich bin ein altmodischer Hexer. Gerade heraus, Thaler. So wie ich Thaler, den Hehler, kennengelernt habe. Thaler, der Hehler, macht nichts umsonst. Thaler, der Hehler, ist ein Schuft. Im Tempeldistrikt soll keiner wissen, dass er mit der Crème de la Crème von Visimas Gesellschaft verkehrt. Wie ihr wollt. Ich will euch was erzählen, Freund. Sie planen einen großen Kampf, einen ohne Pardon. Den Unterlegenen werden die Crème zerpflücken. Ihr werdet gezwungen, für eine neue Ordnung zu kämpfen, Kamerad. Oder aber gegen sie. Wir werden für unsere Traditionen und unsere Bräuche kämpfen. Für unser Land und unsere Frauen. Wer ist dieser Feind? Wer will unsere Frauen rauben? Ich werde euch nicht täuschen. Für mich seid ihr einer von uns und wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Noch kenne ich den Feind nicht, aber bald und dann. Bricht das Zeitalter von Schwert und Axt an. In den Straßen wird Blut fließen. Und eins sollte euch klar sein, Kamerad. Für eure Neutralität wird dann kein Platz mehr sein. Okay. Wer... Was nehmen wir denn zuerst? Warum wollt ihr mich in ein Spiel hineinbeziehen, das mich nichts angeht? Ist Lovaden irgendwie involviert? Wer ist eigentlich dieser The Vet und was macht er hier? Wer genau seid ihr und seid aufrichtig, Kamerad? Wer genau seid ihr und seid aufrichtig, Kamerad? Temerischer Geheimdienst. Ich befolge des Königs direkte Befehle. Ich suche Verräter, Ratten und ausländische Agenten. Ich bin Spion. Ein hochrangiger Spion. Das kann ich nicht leugnen. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Die Amphibien, hinter denen ihr hier seid, ist das eine persönliche oder ideologische Sache? Hm. Ideologisch. Ideologisch. Bitte erklärt, was ihr meint. Sie sind kriminell. Durch und durch böse. Die Salamandra stören das Gleichgewicht. Als Hexer kann ich da nicht wegschauen. Schon verstanden. Danke für eure Aufrichtigkeit. Ich glaube, das war falsch. Wer ist eigentlich dieser The Vet? Wer ist eigentlich dieser The Vet? Und was macht er hier? Dieser Hund aus Nilfgaard ist nur ein Bauer. Ich verstehe nicht, wie Ada ihn erträgt. Erklärt das. Wie alle Ritter des Ordens denkt er, sein Schwanz sei zu klein. Also wird er aggressiv, wenn ihm etwas Angst macht. Und er ist ein Nilfgaarder. Man kann unserer Prinzessin vieles nachsagen, aber dumm ist sie nicht. Vielleicht spielt die Prinzessin ihr eigenes Spiel. Dann sollte sie sich bessere Verbündete wählen. Im Gegensatz zu Schach fordert dieses Spiel Menschenleben. Ich fürchte, jemand benutzt sie. Okay, ist Lovaden irgendwie involviert? Ist Lovaden irgendwie involviert? Ich muss Erkin zu einem privaten Treffen mit ihm verhelfen. Seine Absichten sind mir ein Rätsel. Mir auch. Wirklich? Was meint ihr damit? Eure Freundin scheint bestens mit Lovaden auszukommen. Für zwei Fremde haben die beiden eindeutig viel Gesprächsstoff. Sie selbst? Ich vertraue, Triss. Ich vermute, ihr kennt sie besser als ich. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Über Lovaden wissen wir, dass er einer transnationalen Organisation von Kaufleuten, Bankiers und anderen reichen Leuten vorsteht. Macht daraus, was ihr wollt. Okay, warum wollt ihr mich in ein Spiel mit hineinbeziehen? Warum wollt ihr mich in ein Spiel hineinziehen, das mich nichts angeht? Dieses Spiel geht euch mehr an, als ihr denkt. Ihr wollt mir tatsächlich erzählen, der Konflikt zwischen Orden und Eichhörnchen interessiert euch nicht? Ihr behauptet, dass er euch schnuppe? Was ist mit eurer Liebhaberin, Triss Merigold? Das ist Privatsache. Ich will die Salamandra vernichten. Nur das ist mein Ziel. Die Salamandra haben einen Schutzherrn. Das ist entweder jemand in diesem Raum oder jemand, der hier bekannt ist. Ihr steckt da bis über beide Ohren mit drin, Wolf. Ob es euch gefällt oder nicht. Entschuldigt mich einen Moment. Wir reden später weiter. Okay. Durch Tata erkannte ich, dass ich von der Tatsache angetrieben werde, dass ich ein Hexer bin. Nicht schlecht, aber der ist nicht stark genug. Das ist nicht stark genug. Geht mir aus den Augen. Hexer, ihr dürft euch nähern. Der Wett holt mir etwas Wein. Von dem Pagen am Ende des Flurs. Euer Hoheit? Jetzt können wir ungestört reden. Erzählt mir etwas über die Hexer. Und bitte versteckt euch nicht hinter eurem Kodex. Was wollt ihr wissen, Herrin? Was haltet ihr von Politik? Für mich ist Politik wie das Beisammensein mit einem Liebhaber. Findet ihr nicht auch? Der Vergleich beeindruckt mich. Habt ihr euch je an den schönen Künsten versucht? Euer Hoheit? Der Vergleich beeindruckt mich. Habt ihr euch je an den schönen Künsten versucht? Euer Hoheit? Ich bin gezwungen, alles mögliche Zeug zu studieren. Aber Bücher langweilen mich. Und Dichtung meistens auch. Genau. Bücher sind etwas für Langweiler. Vergesst es. Zurück zu unseren herumwatschelnden Liebhabern. Wisst ihr, Hexer, Politik ist einem Stelldichein nicht unähnlich. Es beginnt mit dem Vorspiel. Scheuen, Blicken, Gesprächen. Seht die Hexe da bei Leuwarden. Jetzt schaut euch unseren edlen Erkin und die Höflinge an. Der Tanz wird kühner, Fummeln und so weiter. Dann überkommt einen das Verlangen, sich stürmisch zu vereinigen, wie Tiere. Zuletzt bleibt nur eine zur Gewohnheit gewordene Kopulation bar jeder Leidenschaft. Wählerath und Devett zum Beispiel. Ähm. Verzeiht euer Hoheit. Frosch im Hals. Wir sind beide erwachsen, Geralt. Wir wissen um das Verlangen der Männer. Wir sind nicht alle gleich. Ich zum Beispiel habe kein Interesse, mich in Politik einzumischen. Ihr könntet recht haben, euer Hoheit. Macht, Sex, Beis, läuft auf dasselbe hinaus. Ah, was ist jetzt das Richtige, Leute? Ihr könntet recht haben, eure Hoheit. Macht, Sex, Beides läuft auf dasselbe hinaus. Andere aufs Kreuz zu legen. Darf ich eine Frage stellen? Fahrt fort. Welche Meinung hat der König dazu? Ich meine natürlich zur Politik. Eine langweilige Frage. Ich habe Hunger und hier gibt es keinerlei ansprechende Speisen. Ich kann Kaviar und Rebhuhnzunge nicht mehr sehen. Was begehre ich am meisten? Ich hab's. Wenn ihr mir bringt, was ich am meisten begehre, beantworte ich eure Frage, wie langweilig sie auch sei. Ich werde bald zurück sein. Ich werde bald zurück sein, eure Hoheit. Okay. Es sind seltsame Träume. Woher soll ich das denn wissen? Ich habe kein Wort mit Ada gewechselt, ohne dass nicht einer dieser Mistkerle vom Orden dabei gewesen wäre. Seltsames Verhalten. Dieses Gespräch grenzt gefährlich an Hochverrat. Ich frage nicht, weil ich politischen Einfluss nehmen möchte. Unsere holde Prinzessin ist vollkommen normal. Nun ja, im Oberstübchen scheint sie nicht so ganz richtig zu sein. Ist sie aggressiv? Gelegentlich, aber das ist bei einem verzogenen Töchterchen nichts Ungewöhnliches. Ich weiß nicht, sie ist... Was? Nun... Spuckt es aus? Die bräuchte mal einen Mann, der sie richtig durchvögelt. Ja. Ich muss los. Bis später. Okay. Dann habe ich's. Habt ihr etwas Leckeres für mich? Ja. Ich stehe vor euch. Geht mir aus den Augen. Mann. Ich höre zu. Wisst ihr, was die Prinzessin gern isst? Wisst ihr, was die Prinzessin gern isst? Bringt mir was Stärkeres zu trinken, dann reden wir. Wird gemacht. Gehe noch ein, Leute. Mann. Immer mit. Ich höre. Ja, 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 ja. Oh, viel besser. Die Prinzessin hatte eine schwere Kindheit. Von daher rührt ihre Vorliebe für blutiges, rohes Fleisch. Wir versuchen, das herunterzuspielen, aber... Verstehe. Noch etwas? Thaler ist wütend. Seine Geheimagenten durchkämmen das ganze Reich, um ihr Leckerbissen zu beschaffen. Danke. Super. Super.